Hallo und herzlich willkommen hier zu Inside AAT. Ich freue mich ganz außerordentlich, dass ich euch heute bekannt geben kann, dass wir eben zusätzlich zu unseren tollen AAT-Hilfsmitteln nun auch die Möglichkeit haben, euch diese schicken Vorspann-Bikes hier von Batec mit anzubieten. Wir finden hier mit Sicherheit für jeden von euch das richtige Produkt und ich kann nur empfehlen, geht mal in euer Sanitätshaus, schaut euch die Geräte an. Ich meine, die machen ja oft schon echt was her, aber spätestens, wenn ihr damit gefahren seid, werdet ihr absolut begeistert sein. Von dem her, macht einen Termin aus, checkt aus, was diese verschiedenen Bikes alles für euch möglich machen können und ja, probiert es einfach aus. Ich bin mir sicher, ihr werdet genauso begeistert sein wie ich. Bis dahin, viel Spaß und macht's gut. Danke. Tschüss.